Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Hier ist wieder euer Bauer Call mit die beliebte Sendereihe O zapft es. Ja, es ist wieder soweit. Seit paar Tagen läuft das Oktoberfest. Und nicht nur in München, sondern überall in Deutschland. Machen ja alle irgendwie mit. Die machen das alle nach. Irgendwie sind wir doch ein bisschen neidisch auf die Bayern. In jedem von uns soll doch ein bisschen Bayer stecken. Ich weiß gar nicht, worauf wir da so neidisch sind. Auf diese Tradition, auf die Moderne, den Erfolg, den die Bayern haben. Oder auf den Mix von allem zusammen. Wir hier oben im Norden, wir haben ja schon allein mit der Tradition Probleme. Wenn da einer platt spricht, da ist er doch gleich irgendwie von gestern. Aber mit ihrem Motto, da liegen sie ja genau richtig in der Zeit. O zapft es. Also angezapft es. Das ist ja das einzige, was wir hier in Deutschland seit Jahren machen. Wenn wir irgendwie nicht weiter wissen, dann wollen wir irgendeinen anzapfen, der uns die Probleme löst. Meist finanziell. Andere Probleme haben wir ja nicht. Unser Problem ist ja nur, wo kriegen wir das Geld her. Und das kriegen wir am sichersten alle vom Staat. Und den zapfen wir an. Weil bürgerlich miteinander untereinander die Probleme lösen. Dazu sind wir gar nicht mehr in der Lage. Nein, in der Lage schon. Aber dazu sind wir nicht mehr bereit. Also ansonsten finde ich, das ist schön mit dem Oktoberfest. Aber wir sollten mal auch Oktoberfest unter uns machen und uns gegenseitig zu Hilfe befähigen. Also nicht O zapfen, abziehen, sondern reingeben an guter Energie. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick. BR 2018 BR 2018 BR 2018